Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Just Cause 2, meine Fresse. Okay, ja, wir wollen heute ein paar mehrere Missionen machen. Was ist denn das da hinten? Das sieht so komisch aus. Na ja, egal. Ähm, ja, Missionen. Äh, ja, machen wir doch hier die nächste Gruppenmission hier. So, hier machen wir den Zaun ein bisschen lauter. So, alles klar. Ja, komm, fahren wir doch mal mit dem hier. Warum nicht? Ja, einfach mal hier mit dem Teil cruisen, wieso nicht? So, wir fahren gleich noch in die Richtung, da nicht wundern. Ich will hier nur ein bisschen Action vorher reinbringen. Das haben wir jetzt hier schon letztes Mal gemacht. Aber, oh, der überlebt's. Ah, ja, aha. Oh. Ich hab meinen Schützen verloren. Ey, bist du da? Ach, da kommt er. Oh, oh, ich. Ja, Steigerverein. Du, anders geschützt! Ja, alles klar. So, ja, dann viel Spaß noch im weiteren Leben und ich würde sagen, hau rein. Komm, wir folgen dem mal. Ich will mal gucken, wo der landet. Sehen wir den noch? Da unten ist er. Ah, wo ist er jetzt? Seht sich nicht mehr. Naja, der scheint weg zu sein, oder? Ja, doch. Ich glaube, ich sehe ihn nicht mehr. Ach, da unten schwimmt er. Ist er das? Werden wir doch mal nachgucken. Nein, komm. Ähm, wir landen jetzt mal da oben und äh, machen uns einen Chat und fliegen dann zum Einsatzpunkt. So. Alles klar. Wow. Okay. Und die Straße. Und voll auf die Fresse legen. So. Alles klar. Okay. Chat bereit machen. Nehmen wir da ihr, unseren Lieblingschat. Äh, den hier. Ach ja, genau. Den können wir ja auch mal aufrüsten. Muss ich ja nächstes Mal dran denken. So. Ja, jetzt kann es vielleicht mal stehen bleiben, damit ich starten kann. Ach, komm. Ja. 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 Starten, das kennen wir ja. 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 So. Ja. Klappt immer. Wie geschmiert. So. Und dann fliegen wir jetzt mal in diese Richtung. Zur nächsten Gruppe Mission. Und die Grafik ist wie immer schön. Ich hoffe, wir nehmen mir noch den Ventilator laufen. Ich hoffe, den hört man nicht. So. Ich habe ausgestellt... Ja. Ja. 2,5 Kilometer. Und herrliches Wetter. Oh mein Gott. Ja, ja. Ich habe irgendwie das Gefühl... Eigentlich kann es ja nicht sein, aber ich habe das Gefühl, dass ich ein bisschen außer... äh, dass ich... äh... 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 wie nennt man das? Keine Ahnung. Als ob ich mir, ähm, das Let's Play ein bisschen abtrainiert hätte. Aber das geht ja nicht. Also ich bin ein bisschen... Ach, keine Ahnung. Als ob ich erst mal... Ups, Alter. Als... Ach, komm. Ich halte mal die Fresse und spiele jetzt einfach... So. Hier wären wir. So. Hallo. Jawohl. Scorpio. Ah, jetzt habe ich eine... Ah, ich habe doch gesagt, ich nehme mal auf. Einen Moment. So. Okay. Alles klar. Ja, da fahren wir jetzt mal hin. Ist ja nicht so weit weg. Mit unserer Hamaya... irgendwas. Hallo. Zeit gesichtet. Alle verfügbaren Einheiten vorrücken. Ja, ja. Oh, was sollen wir begeben? Sich zum... Ja, okay. Mehr wissen wir noch nicht. Und... Zack. Da ist sie. Wenn sie den Biodiesel-Schacht benutzen, gibt es eine gewaltige Explosion. Okay. Ich würde aber eher sagen, wir... schnallen uns den Helikopter hier. Oh, wahrscheinlich haben die ganz viel Flugabwehrgeschütze. Aber egal. Wir versuchen es einfach mal. So, wir dürfen einfach nicht so hoch fliegen. Blute, Arschloch, blute! Ist das nicht richtig, den hier zu beschießen? Hm. Ich dachte, das soll man mal schießen. Wir sind die Biodiesel-Schacht. Ah. Ah, wo? Boah. Nein! Wow. Okay. Das war nicht geplant. Ach, da unten ist die... Ah, okay. Also muss ich anscheinend so rein. Ich sehe das Ziel! So. Hier unten ist noch was. Was ist das? Aha. Granaten und Pistole. Okay. Anscheinend ist da unten eine Konsole. Die sollen wir zerstören. Wow. Ah. Okay. Oh, ich bin tot. Oh. Okay. Neuer Plan. Nicht so reinpreschen. Obwohl es schon ganz cool war. Aber es hat mich getötet. Also. Hm, naja. Gut. Ach so, was ich vorhin sagen wollte. Dass ich außer Übung bin mit dem Let's Plane. Ha! Das wollte ich sagen. Fällt mir jetzt so spontan ein. Ja. Lade. In mir kommt noch eine Sound so laut. Äh, hat sich das irgendwie zurückgesetzt oder so? Einmal ganz kurz schauen. Äh, Einstellungen. Äh, Audio-Einstellungen. Nö. Nö, nö. Oder? Nö, ich glaub nicht. Okay. So. Wir fahren wieder. Oh, da war da eben einer hier, oder? Der stand da. Jetzt nicht mehr. Melde Feinde in unserem Sektor. Alle Einheiten. Vorrücken. Ja. So, jetzt aber nochmal den gleichen Sprung wie eben. Ungefähr. Oh, oder auch nicht. Oh, oh mein Gott. Oh, ja. Super gefloppt. Ja. Ja. Hey, was hab ich dir getan? Okay. Ja. Mehr oder weniger. Cool. War das jetzt? Ja. Wenn Sie, wenn Sie den Biodiesel-Schacht benutzen, gibt es eine gewaltige Explosion. Okay. So, hier nochmal. Achso, ne, ist egal. Biodiesel-Schacht. 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 Ach, genau. Da unten war diese Dinger. So. Einmal Granaten und einmal die Pistole. Ich nehme aber das Gewehr hier. Komm her, du Stück Scheiße. So. Diesmal wollte ich ja nicht so reinbrechen. Das hat ja super geklappt. Aber diesmal einfach mit mehr Skill. Oh, das habe ich nicht erwartet. Okay. Das kann nicht explodieren. Hoffe ich doch. Wo sind sie? Oh, wo, wo, wo? Wo wird denn auf dem... Ja, will ich. Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Ja, was habe ich euch... Die Mutter will sich verstecken. So, 2, 3, nein. Jetzt hör doch mal auf. Was habe ich euch denn getan? So, 3, 1, 4, 3, okay. Scorpio, raus da, bevor Sie hochgehen. Ich nehme seine Flanke. Oh, Scorpio, mein Held. Oh, die kriegt gleich einen Orgasmus. Das Volk von Canau wird Ihnen eine Statue errichten. Oh, finde ich ganz cool. Okay. Ähm. Ja. Ist der Helikopter noch da? Nein, ist er nicht. Ja, ich glaube, die Mission ist abgeschlossen, oder? Oder? Ja, ich glaube schon, aber... Hier ist Lothian. Ich kann dich an verschiedenen Outen in ganz Panao absetzen. Wähle dazu einfach das entsprechende Symbol auf deinem PDA aus. Okay, jetzt kann der Typ... Okay. Muss er im richtigen Moment werfen. Okay, der Typ kann uns jetzt auch transportieren. Es ist natürlich nicht schlecht, dass er das kann. Ich kann's nicht. Okay, ähm... Ja, jetzt... Ich würde sagen, auch zur nächsten Mission, äh... Haben wir hier die schon abgeschlossen? Ich glaube ja, Gruppenfestung... Ne, die haben wir schon eingenommen. Okay, wollen wir hier mal so eine Rennherausforderung machen? Ja, warum nicht, ne? So, dann... ...fordern wir nochmal so ein Ding an. Ich würde sagen, diesmal... Oh, Spaß... Hier die Maschine. Die finde ich ganz schön. So, wie gesagt, ist ein Skin, den ich drauf hab. Der sieht normalerweise nicht so aus hier. Ah, zieh hoch, ja. Ja, ja, komm. Oh, schlecht. Sehr schlecht, sehr schlecht, sehr schlecht, sehr schlecht, sehr schlecht. Sehr schlecht! Oh, mein Gott! Wuhu! Okay, okay, okay. Okay, kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Äh, alle so aggressiv hier. Ich brauch Deko, ich geh rein! Kann ich nicht einfach machen, machen, was ich will. Peak Air, okay. So, nochmal. Meine Fresse. Ich hoffe, die Landebahn reicht jetzt. Die Startbahn. Ja, ja, es geht, ja. Ja, 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 ja. Oh, ja, das... Ach, das... Kein Problem. Ja, das kriegt ihr noch hin. Ja. Ja, so. Problemlos. Okay. Ich will da mal kurz Rache ausüben. Ich meine, das kann ich mir ja nicht gefallen lassen, einfach hier... Ne? Mich beschießen zu lassen. Also, es geht ja nicht. So. Da unten, diese Wichser. Wieder Hinrichtung im Hinterland. Okay. Nach dem neuerlichen Punkt von mehr als 20 Reichen... Macht die Regierung den als Weißer Tiger bekannten Terroristen und Serienmörder für die jüngste Welle der Gewalt verantwortlich. Hm, hm. Interessant. Ja. Ich glaube, das ist auch eine Flugherausforderung, wenn ich mich recht entsinne. Bin ich mal gespannt. Ach, ja. So, das ist ja schon... Ja, das ist unsere Basis. So, ja. Da wären wir. Und eh. Typ Flug her. Okay. Alles klar. Ah, ah, alles klar. Fliegen wir auch so ein Ding. Cool. Los geht's. Okay, wir müssen also durch die Ringe fliegen. Alles klar. Kann ja nicht so schwer sein. So. Ja. Könnte auch leichter sein. Nein. Ist eigentlich nicht schwer. Noch nicht. Wenn man's dann... Ah, ah, ah. Wie das die Frest vollgenommen. Doch, es kann schwer sein, wenn man die Dinger nicht richtig anpeilt. Ah, ah, ja. Mehr oder weniger. Okay. Äh. Gut. Wir müssen das ja in einer gewissen Zeit schaffen, nur 45 Sekunden. Das hat mich eben schon ganz schön Zeit gekostet. Achso, wir kriegen auch immer Zeit dazu. Alles klar, wenn wir so durch so einen Ring fliegen. Boah, fliege ich eine Scheiße hier. Okay. Man beachte die Schönheit der Landschaft. So, dann müssen wir gleich nach links. Aber nicht so hart nach links. So. Okay, das ist jetzt nicht mehr so herausfordernd. Ach, Ziel schon. Okay. Sehr schön. Na, na. Ach, komm. Wir haben Zeit. Wir nehmen die noch kurz mit hier. Komm. Jawohl. Immer noch 53 Sekunden. Wir haben Feindaktivität in diesem Sektor. Alle Einheiten. Vorrücken. Jawohl. Cool. 20.000. Sehr schön. Ja, okay. Und dann... Dann bock mal auf das Flugzeug. Und... So. Schöne Sache. Ja, alles klar. Ich würde sagen, dann beende ich den Part jetzt mal. Und... Ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und ich würde sagen, haut rein, lass knacken. Und bis dahin. Ciao. Ciao.